Wenn Sie Innovationen sehen wollen, dann werden Sie hier in den nächsten Tagen ein wirklich und wahres Innovationsfeuerwerk der Textilindustrie erleben. Es ist wirklich beeindruckend, was hier zu sehen ist. Diese Messe wird Ihnen zeigen, dass Textilien auch im Zeitalter dieser Industrie 4.0 der Stoff sind, aus dem die Zukunft gemacht wird. The Fairs are open. The winners of the Tech Textil Innovation Awards have been chosen by a jury of experts from around the world. We'll continue with the Innovation Awards 2015 of Tech's Process. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen eine erfolgreiche und spannende Tage auf der Tech Textil und Tech's Process. Herzlichen Dank.